Musik Musik Seit Generationen und ich seit 1990 machen wir hier Weintrauben in diesem Gebiet am Beginn des Weitengebirges, weil das Terroir, dieser Boden und Klima, diese Kombination so perfekt ist. 2004 habe ich diese Zentrale für die Produktion der Weintrauben hier errichtet, aber dieses Weingut wird auch verwendet, um verschiedene Veranstaltungen zu machen als Event-Location. Wir zählen eigentlich zu den modernsten Weingütern Europas. Aber das Wichtigste, die Basis ist die Qualität der Weintraube. Musik Wir wollen nicht mehr wachsen. Wir müssen nicht mehr wachsen, Qualität ist alles für uns. Musik Wir haben 2005 unseren ersten Shop eröffnet. Und wir wollen einfach von der Produktpalette erweitern. Alles was mit Wein zu tun hat, von Gläser, Essig, Öl bis hin zur Schokolade. Leverhillinge. More than wine. Leverhillinge. 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 Leverhillinge.